Nein, das gibt's doch nicht. Schon wieder. Jetzt reicht's aber langsam wirklich. Hey, was hast du denn, Alberto? Ach, meine Badewanne ist wieder übergelaufen. Die ganze Wohnung voll mit Wasser. Übergelaufen? Ja, da ich den ganzen Tag bei dem heißen Pizzaoffen stehe, will ich am Abend ein feines kühles Bad nehmen. Aber was ist? Das Bad ist oft kaputt. Mal rinnt es nicht und wenn es rinnt, dann tropft es eher nur. So drehe ich das Wasser immer in der Früh auf, bevor ich hier herkomme. Zum Mittag gehe ich heim, um den Wasserstand zu kontrollieren und dann ist es manchmal schon wieder alles übergelaufen. Oje, oje. Ja, ich habe mir schon einen Apparat am Wasserhahn montieren lassen, der mir den Wasserdurchfluss misst. Und den Durchfluss lasse ich mir auf die App auf mein Handy schicken. Da, schau. Cool. Ja, aber es hilft nur teilweise, weil ich nicht sehe, wie viel Wasser schon insgesamt in der Wanne ist. Heute ist es wieder schneller als normal geronnen. Ah, ich verstehe. Die App zeigte nur den momentanen Durchfluss an, aber integrierte diesen nicht auf. Was? Ich verstehe nicht. Ich will mein schönes 100 Liter Wannenbad und nicht die ganze Wohnung zum Schwimmen. Also, integrieren bedeutet im Grunde genommen, die Größe der Fläche zwischen einer Funktion und der x-Achse zu bestimmen. Was soll das sein? Schauen wir uns die Funktion auf deiner App ein wenig genauer an. Die Funktion nimmt keine negativen Werte an. Das macht die ganze Sache für uns ein wenig einfacher, ist aber nicht wesentlich. Die x-Achse ist die Zeitskala. In diesem Fall sehen wir ein Zeitintervall von 60 Minuten. Auf der y-Achse ist der Wasserdurchfluss in Litern pro Minute angegeben. Das Wasser in der Wanne entspricht dann der Fläche unter der Funktion f. Beispielsweise strömt das Wasser während der ersten 10 Minuten in einer Geschwindigkeit von 1 Liter pro Minute in die Wanne. Nach 10 Minuten befinden sich also 10 Liter in der Wanne. Das entspricht genau der Größe des blau strichliert eingezeichneten Rechtecks mit einer Breite von 10 Einheiten, in diesem Fall Minuten, und einer Höhe von 1 Einheit, in diesem Fall Liter pro Minute. Denn 10 Minuten mal einem Liter pro Minute ist gleich 10 mal einem Liter, dass sich die Minuten wegkürzen, ist gleich 10 Liter. Für die nächsten 10 Minuten wird es etwas komplizierter, da der Wasserzufluss nicht konstant ist. Deswegen begnügen wir uns zunächst mit einer Näherung. Am Ende des zweiten 10 Minuten Abschnitts, also nach insgesamt 20 Minuten, beträgt der Wasserzufluss 2 Liter pro Minute. Angenommen, der Wasserzufluss hätte auch davor zwischen Minute 10 und Minute 20 bei konstant 2 Litern pro Minute gelegen. Dann wären in dieser Zeit insgesamt 20 Liter in die Wanne geflossen. Das entspricht genau der Größe des rot eingezeichneten Rechtecks. Der tatsächliche Wasserzufluss war zwar geringer, aber fürs Erste wollen wir uns mit dieser Näherung begnügen. Aber was ist mit der Zeit zwischen Minute 20 und Minute 30? Gegen Ende dieses Zeitintervalls beträgt der Wasserzufluss 3 Liter pro Minute. Bei einem konstanten Wasserzufluss von 3 Litern pro Minute werden in diesem Zeitintervall 30 Liter in die Wanne geflossen. Das entspricht genau der Größe des grau eingezeichneten Rechtecks. Der tatsächliche Wasserzufluss war zwar wieder geringer, aber auch hier wollen wir uns mit dieser Näherung begnügen. Zum Zeitpunkt 40 Minuten liegt der Wasserzufluss bei 2,5 Litern pro Minute. Das heißt, bei konstantem Wasserzufluss werden zwischen Minute 30 und 40 25 Liter in die Wanne geflossen. Das entspricht dem blau gepunkteten, eingezeichneten Rechteck. In diesem Fall ist unsere Schätzung geringer als der eigentliche Wasserzufluss. Ebenso im Zeitintervall von 40 bis 50 Minuten, wo wir den Wasserzufluss mit 10 Litern unterschätzen, rot strechliert eingezeichnetes Rechteck und im Intervall von Minute 50 bis Minute 60, wo unsere Schätzung mit 5 Litern ebenfalls etwas zu niedrig ist. Insgesamt erhalten wir also als Schätzung für den Wasserzufluss 10 Liter plus 20 Liter plus 30 Liter plus 25 Liter plus 10 Liter plus 5 Liter ist gleich 100 Liter. Also genau die Menge Wasser, die du haben wolltest. Aha, aha, gut, gut. Aber du hast gesagt, dass das Ganze nur eine Näherung ist. Wir haben die ganze Sache ständig geschätzt. Mal zu viel, mal zu wenig. Geht das nicht ein wenig genauer? Doch klar geht das genauer. Dazu müssen wir die zeitliche Unterteilung einfach feiner machen. Betrachten wir dazu noch einmal etwas genauer, was wir soeben gemacht haben. Das Intervall, über das wir integrieren wollen, geht von 0 bis 60. Dieses Intervall haben wir in 6 gleich große Teilintervalle unterteilt. Jedes dieser Teilintervalle hat also eine Länge von Δx gleich 60 durch 6 ist gleich 10. Diese Länge wollen wir mit Δx bezeichnen. Als nächstes definieren wir uns ein paar Stützstellen. Wir setzen x0 ist gleich 0 und für eine natürliche Zahl k mit 1 kleiner gleich k kleiner gleich 6 setzen wir xk gleich x0 plus k mal Δx ein. Das heißt, x1 ist gleich x0 plus 1 mal Δx ist gleich 0 plus 1 mal 10 ist gleich 10. x2 ist gleich x0 plus 2 mal Δx ist gleich 0 plus 2 mal 10 ist gleich 20. Und für x3 bis x6 machen wir das gleiche und erhalten 30, 40, 50 und 60. Die Länge Δx bezeichnet also die Differenz zwischen den einzelnen xk. Der griechische Buchstabe Δ soll hierbei an das D in Differenz erinnern. Die Fläche aller Rechtecke von vorhin entspricht also f von x1 mal Δx plus f von x2 mal Δx plus f von x3 mal Δx und so weiter bis f von x6 mal Δx. Mit Hilfe des Summenzeichens können wir das Ganze auch etwas kompakter schreiben. Summe von k gleich 1 bis 6 von f von xk mal Δx. Das war unsere Näherung für das Integral von 0 bis 60 von f bzw. für den Wasserzufluss innerhalb einer Stunde. Wenn wir ein genaueres Ergebnis haben wollen, müssen wir das Intervall in mehrere Teilintervalle zerlegen. Vorhin haben wir das Intervall in 6 Teilintervalle zerlegt. Anstatt in 6 Teilintervalle können wir auch mit n Teilintervallen arbeiten, wobei n eine natürliche Zahl ist. Die Länge Δx, die im Falle von n gleich 6, 10 beträgt, ist im allgemeinen Fall gegeben durch Δx gleich 60 durch n. Je größer wir die Zahl n wählen, desto kleiner werden die entsprechenden Teilintervalle und desto genauer wird unsere Näherung für die Flächen unter der Funktion f. Den genauen Flächeninhalt erhalten wir, indem wir uns den Grenzwert für n gegen unendlich ansehen oder salopp formuliert, indem wir das Intervall von 0 bis 60 in unendlich viele kleine Teilintervalle zerlegen und dann die Flächeninhalte der dazugehörigen Rechtecke aufsummieren. Diese Idee spiegelt sich auch in dem dafür verwendeten Symbol wieder. Der griechische Buchstabe Δ ist hierbei zu einem kleinen d geworden und der griechische Buchstabe σ, der die Summe symbolisiert, ist zu einem s geworden. Das s mag etwas arg gestreckt aussehen, was daran liegt, dass es sich um ein sogenanntes langes s handelt, welches früher benutzt wurde. Diese Notation hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert und geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurück. Aus der Summe k gleich 1 bis n von f von xk mal Δx wird im Grenzprozess das Integral von 0 bis 60 von f von x mal dx. Die oben beschriebene Prozedur ist natürlich nicht nur auf das Intervall von 0 bis 60 beschränkt, sondern funktioniert für beliebige Intervalle. Ist f von r nach r eine Funktion und sind a und b reelle Zahlen mit a kleiner b, so ist das Integral von f über das Intervall von a nach b wie folgt definiert. Für n Element der natürlichen Zahlen definieren wir delta x gleich b minus a durch n bzw. x0 ist gleich a. Wie bereits bekannt wird xk mit x0 plus k mal delta x definiert. Für 1 kleiner gleich k kleiner gleich n. Wenn wir nun in die Formel xk gleich x0 plus k mal delta x für k n und für delta x b minus a durch n einsetzen, erhalten wir xn ist gleich x0 plus n mal b minus a durch n ist gleich a plus b minus a ist gleich b. Wenn wir nun die Summenformel betrachten, erhalten wir die Summe von k1 bis n von f von xk mal delta x. Den Grenzwert der bereits bekannten Summe für n gegen unendlich bezeichnen wir mit Integral von a nach b von fx mal dx. Dieses Integral beschreibt wieder den Flächeninhalt zwischen der Funktion f und der x-Achse, wobei Flächen unterhalb der x-Achse negativ gezählt werden. Man kann anstelle der Summen von k1 bis n von f von xk mal delta x auch die Summen von k von 1 bis n von f von k minus 1 mal delta x betrachten oder die Summe von k von 1 bis n von f von xk mal delta x, wobei xk ein beliebiger Wert zwischen xk minus 1 und xk ist. Es ist auch nicht zwingend notwendig, dass alle Teilintervalle gleich breit sind. Es genügt, wenn die maximale Teilintervallbreite mit wachsendem n immer kleiner wird. Eine Fläche unterhalb der x-Achse bedeutet, dass die Funktion f hier negative Werte annimmt, also bei unserer Badewanne, dass der Wasserzufluss negativ ist. Das heißt, es fließt Wasser ab. Die Fläche unterhalb der x-Achse entspricht der Menge des Wassers, um den sich die Wassermenge in der Wanne verringert hat. Diese Menge ist natürlich von der zuvor zugeflossenen Menge abzuziehen. Deshalb Minus. All diese Summen führen beim Grenzprozess n gegen unendlich zum gleichen Wert, nämlich Integral von a nach b von f von x dx. Blödsinn, meine Wanne hat kein Loch, aus dem Wasser abfließt, sonst wäre nicht meine ganze Wohnung nass. Deine Rechnungen funktionieren für alle Funktionen, aber nicht für meine Wanne. Naja, sagen wir mal so, für die meisten oder zumindest sehr viele. Für die Funktionen, die den Wasserzufluss in der Badewanne beschreiben, sollte es funktionieren. Genauer gesagt wird es für alle Funktionen funktionieren, die Riemann integrierbar sind. Benannt nach dem Mathematiker Bernhard Riemann, der diese Art der Integration entwickelt hat. Es gibt auch noch andere Arten der Integration, beispielsweise das Lübeck-Integral, bei dem, grob gesprochen, nicht die x-Achse, sondern die y-Achse in Teilintervalle unterteilt wird. Das hat aber eher einen theoretischen Wert und wir können mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass alle Funktionen, die uns in einer Pizzapackstube begegnen, Riemann integrierbar sind. Gut, und was nutzt mir das? Bis ich all diese Teilintervalle und Funktionswerte bestimmt habe, ist die Wanne wieder übergelaufen. Du vielleicht schon, aber ein Computer nicht. Wobei ein Computer bzw. das darauf laufende Programm oft Methoden verwendet, die sich von den obigen ein wenig unterscheiden. Beispielsweise benutzt die MATLAB-Funktion traps, wie der Name vermuten lässt, Trapeze statt Rechtecke. Der berechnete Flächeninhalt unterscheidet sich hier unter Umständen von dem Flächeninhalt, den wir mithilfe unserer Rechtecksmethode ermittelt haben. Aber auch hier geht der Unterschied mit wachsendem n gegen 0. Wie genau funktioniert jetzt die Funktion Traps? Betrachten wir dazu noch einmal unser Eingangsbeispiel. Zunächst benötigen wir einen Vektor x mit den Stützstellen x0 bis x6, sowie einen Vektor y mit den dazugehörigen Funktionswerten. Den Vektor x erstellen wir mit dem Befehl x ist gleich eckige Klammer auf 0, Doppelpunkt 10, Doppelpunkt 60, eckige Klammer zu. Hierbei ist 0 die Stützstelle x0. 10 bezeichnet die Schrittweite, die wir vorhin mit delta x bezeichnet haben, und 60 ist unsere letzte Stützstelle x6. Wenn wir nun die Enter-Taste drücken, erscheint zur Kontrolle noch einmal der Vektor x mit den Stützstellen x0 bis x6. Den Vektor y müssen wir per Hand eingeben. Beachte, dass die einzelnen Funktionswerte mit einem Leerzeichen voneinander getrennt werden und Kommazahlen mit einem Punkt geschrieben werden. Auch hier erscheint nach dem Drücken der Enter-Taste der Vektor y mit den Funktionswerten an den Stützstellen x0 bis x6 zur Kontrolle. Nun tippen wir in das Kommandofenster Traps in Klammer x-y ein und erhalten nach Drücken der Enter-Taste ans gleich 102,500. Dieses Ergebnis unterscheidet sich ein wenig von unserem ersten Ergebnis, weil es mit Hilfe von Trapezen statt mit Rechtecken ermittelt wurde. Mit steigender Stützstellenzahl bzw. sinkender Schrittweite werden die Unterschiede kleiner. Es gibt noch weitere Methoden in MATLAB zur numerischen Integration, die raffiniertere Verfahren benutzen. Aber um die Wassermenge in einer Badewanne abzuschätzen, dürfte dieses Verfahren genau genug sein. Gut, und was mache ich, wenn ich keinen Computer zur Hand habe? Dann kann dir vermutlich der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung weiterhelfen. Der ermöglicht es dir, ein Integral exakt zu berechnen. Allerdings benötigst du dafür eine Stammfunktion. Was für einen Stamm? Eine Stammfunktion, das ist mit f von i nach r eine Funktion, die auf einem Intervall i definiert ist. So heißt eine differenzierbare Funktion f von i nach r Stammfunktion, falls die Ableitung von Groß-F wieder Klein-F ist. Also Groß-F-Strich ist gleich Klein-F gilt. Man könnte auch sagen, eine Stammfunktion von f ist eine Aufleitung von f. Aha, und wie berechne ich diese Stammfunktion? Eine Stammfunktion und nicht die Stammfunktion. Es gibt immer mehrere Stammfunktionen, sogar unendlich viele. Ist nämlich Groß-F eine Stammfunktion von Klein-F, so ist auch f plus c für eine beliebige reelle Konstante c eine Stammfunktion von Klein-F. Denn es gilt, in Klammer f plus c Strich ist gleich f Strich plus c Strich, ist gleich f Strich plus 0, da die Konstante wegfällt, ist gleich Groß-F-Strich, ist gleich Klein-F. Somit ist Groß-F die Stammfunktion von Klein-F.